... dieser Frage nicht rumstreiten muss, also dass ich da nicht sitzen und dazu entscheiden habe. Ich persönlich für mich sehe einfach, dass die Dame anscheinend einfach Langeweile hat. Oh, das ist aber hart, finde ich. Frau Kremmer, hauen Sie gerne mal zurück. Ich habe nicht gehauen, um Gottes Willen. Ach, wissen Sie, diese ganzen dummen, dummen Argumente kenne ich schon aus der Ausweisaktion. Und nochmal zurückzukommen auf das, das war ja Ihre Frage, mit dem Tief und Hoch, da hieß es ja auch, es gibt Wichtigeres, aber Tief ist immer unten, Hoch ist immer oben und das ist die patriarchale Struktur par excellence. Das stimmt beim Wetter nicht. Also Hoch kann doch ganz schrecklich sein. Wir leben in einem absoluten Patriarchat. So, das kann Herr Harner...